Hallo und herzlich willkommen zu dem Szenario Elterliches Dilemma. Und ja, wir sind jetzt hier bei dem Bestimme über den Weg deines Teenagers. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch mit Leonardo ein Teenager bestreben abschließen. Es hat wohl mit Sophia schon geklappt, auch wenn ich das nicht ganz verstanden habe. Für mich war das eigentlich nicht abgeschlossen, aber okay. Okay, und ja genau, Sophia, die ist noch benommen. Die ist ja vom Blitz getroffen worden, aber jetzt schläft sie sich sozusagen aus. Unsere Jüngste, die Mareike, oh, ich muss mal gucken, war da nicht, dass wir, ja, wir haben bald Geburtstag. Und ich habe jetzt noch gar nicht so viel mit ihr geschafft. Irgendwie bin ich mit ihr nicht so gut durchgekommen. Aber das war so gefühlt, weil ich mit den Teenagers immer zur Highschool gegangen bin. Also das hat mir irgendwie wirklich Zeit gekostet, was sie sozusagen ausbaden muss. Also sie kann noch nicht mal aufs Töpfchen gehen. Genau, das könnten wir eigentlich jetzt schon mal direkt machen. Ich glaube jetzt Bewegung, Moment, Bewegung ist gleich voll, oder? Ja, nee, bei drei, oh mein Gott. Also da können wir tatsächlich noch ein bisschen was machen. Aber okay, aufs Töpfchen gehen. Okay, ich kann erst mal ganz kurz oberflächlich reinigen und dann machen wir noch mal das aufs Töpfchen gehen. So, ich gucke hoch. Sie hat am Montag, haben wir Geburtstag. Das heißt, wir haben jetzt noch heute und ein bisschen vom Montag noch Zeit. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich sie dann altern lasse an dem Tag. Vielleicht irgendwann gegen Abend, schätze ich mal eben. Wow, dann ist sie auch schon ein Kind. Das ist krass. Aber okay, so. Wir haben ein bisschen sauber gemacht. Dann gucke ich nochmal, was die Männer hier so machen. Okay, Leonardo ist hungrig, ist gerade aufgewacht. Ähm, möchtest du erst mal was essen gehen, Leonardo? Oh, guck mal, hier haben wir noch was stehen. Das ist gleich verdorben. Ich weiß ja nicht. Vielleicht gehen wir es kurz essen und danach geht ich baden. Jetzt räumt sie auf. Ah! Beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Okay. So, und unser Pablo, der schläft gerade noch ein bisschen weiter aus. Ähm, genau. Kannst du dann auch einfach hier hoch gehen, Mareike? Einmal hier hingehen. Ach, sie kann... Nee. Ich muss... Die Mutti räumt ihr alles Mögliche auf. Sowas wollte ich eigentlich nicht unbedingt. So, dann mach ich mal weg. Jetzt ist er doch das. Mareike! Oh, guter Ruf. Leonardo. Ui, komm, okay. Ähm. Ja, die Chance, die Beziehung mit mehr Freundschaftspunkten zu beginnen, da sein Ruf ihm nun vorauseilt. Ah, weil ich mit meiner Mutter jetzt irgendwie... Ah, ich... Genau, ich wollte... Oh, sie ist sehr verspielt. Ähm, ich wollte mal so ein bisschen hier auch... Das mit dem Sozialhasen, genau. Kenne ich... Ich kannte, glaube ich, eigentlich ganz viele. Aber wir können noch ein paar in die Kontaktliste aufnehmen. Morgen nehmen wir noch mit rein. Juki, die anderen brauche ich nicht. Und Nachrichten... So... Ich lese jetzt mal nicht so ganz genau durch, was sie sagen. Ich mache ihnen einfach... Ihr das da... Also, ich habe das eine ganze, ganze Weile gar nicht benutzt. Und ich nehme einfach mal irgendjemanden eine freundliche Nachricht, so. Und, ähm, halt... Dann habe ich aber irgendwann gemerkt... Oh, mit Raul sind wir gute Freunde geworden. Ja, cool. Genau, dass das eigentlich sehr gut funktioniert. Dass man darüber tatsächlich sehr gut Freundschaften aufbauen kann. Also, zumindest die Teenies. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Erwachsenen das auch so können. Weil da habe ich es noch nicht so ausführlich genutzt eigentlich. So, kannst du jetzt mal bitte aufhören. Okay, sprechen. Genau, und vor allen Dingen... Oh, jetzt kommt Mareike wieder runter. Vor allen Dingen hier... Bring sie mal aufs Töpfchen. Wer muss eigentlich heute arbeiten? Ähm, wir müssen erst um Montag. Aber ich muss Bücher schreiben. Und er muss, glaube ich, ne? 14 Uhr. Ah, ich kann aber Urlaub nehmen. Ich glaube, das hatte ich gesagt. So, wir warten noch, bis Mareike hier hoch runterkommt. Damit ich sie dann wieder nach oben tragen kann. Ähm, Leonardo ist hier fertig. Oh, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Greta Laurent angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Ja. Aber ich weiß noch nicht so ganz genau. Aber Leonardo hat für mich hier nicht so Präferenz, dass er irgendwelche Freundschaften oder Beziehungen haben will irgendwie. Ähm, hier muss ich daran arbeiten. Das ist echt für mich... Oh, ja. Also eine Eins bekommen, okay. Das können wir eigentlich machen, indem wir noch Zusatzhausaufgaben vielleicht machen. Ich finde das mit den außerschulischen Aktivitäten, finde ich, sehr... Ja, wie soll ich das sagen? Sehr schwierig, weil... Dieses Football-Üben hier, ich brauche immer wieder Leute. Jetzt kann sie jetzt Level 2. Juhu. Ähm, ich brauche immer wieder halt Leute dazu. Wobei, er könnte heute jemanden einladen oder vielleicht ein paar einladen, damit wenigstens... Ja, so ein paar auch nicht als Möglichkeit habe, dass ich... Da, auf 100% heute komme. So. Ja, der heutige Tag, Sonntag, ist eigentlich noch ein bisschen entspannt. Ich würde mal ganz kurz gucken. Mareike. Ja gut, sie muss jetzt... Sie ist jetzt sowieso auf Toilette. Und dann... Leonardo, was? Kannst du dir was anziehen? Danke. Dann kannst du nochmal hier auf die Toilette. Dann könntest du das hier putzen. Und Spaß. Ich würde fast sagen, wir machen... Regnet es da draußen? Ich glaube zwar schon, aber wir machen energiegeladen ein bisschen boxen. So, das Jugendfest wäre heute... Nee, das ist glaube ich nichts, was wir wollen. Okay, ich spule mal ein bisschen vor, weil die anderen sind ja alle am schlafen. Wobei... Blo... Genau, Pablo kann mal aufstehen eigentlich. Und da das obige Bad besetzt ist... Warum bist du benommen? Mentaler Nebel, weil am Anfang eines Burnouts... Oje, fühlt sich wirr und mental überfordert. Vielleicht sollte er eine Pause einliegen oder seine kreativen Fähigkeiten trainieren, bevor es schlimmer wird. Okay, kreativ. Also ich würde sowieso mit ihm Urlaub machen wollen. Urlaubstag nehmen. Das passt ja dann auch nochmal ganz gut. Genau, du kannst was essen gehen. Mareike ist irgendwie traurig, weil sie müde ist und... Oh, sind wir da lühen? Irgendwie die Aufmerksamkeit ging nicht hoch, obwohl ich doch mit ihr hier Töpfchen gehen gemacht habe. Mareike ist irgendwie... Mareike ist irgendwie... So... Warte... Moment. Was hat dieser Fuchs im Maul? Was ist das? Ein Ei? Ich komme nicht näher ran. Das ist ein Pilz. Hatte ich irgendwelche Pilze? In meinem Garten. Ja, da hinten. Oh, was habe ich denn da? Zum Georatschicken. Ui, wo kommt denn der her? Selten Zornium. Könnte Leonardo vielleicht mal studieren gehen, oder? Beanspruchen. Was heißt beanspruchen eigentlich? Ich muss ihn mal gerade ausprobieren. Aber, ja, das da hinten können wir... Wir haben Herbst. Okay, Herbst ist doch... Pilze. Alles verkaufen würde ich es auch direkt. Level 3 der Fitnessfähigkeit. Yay! So, Pablo. Genau, Pablo, du könntest aber vielleicht... Ich wollte es sagen, staubsaugen. Aber die Mutter hat wieder den Staubsaugen. Sie ist sehr kokett. Heute ja Gefühle. Was war es vorhin? Sehr verspielt. So, unsere Älteste, die schläft noch. Sieht, die beiden Mädels sind jetzt im Bett. Okay. Kannst du mal ein bisschen Staubsaugen? Komm schon, bitte. Oh, sie mag nicht. Okay, dann musst du arbeiten gehen. Wenn du nie Staubsaugen willst, musst du an deinem Buch halt weiterschreiben. So. Pablo hat einen Tag Urlaub genommen. Genieße den freien Tag. Sehr schön. Wir müssten ja eigentlich hier auch noch so ein paar Sachen machen. Genau, wir gehen auch ein bisschen boxen, denke ich mal. Ich hoffe, das hat jetzt dann nicht... ...so großen Einfluss. So, das da habe ich jetzt in meinem... Wenn ich das Georat wegen Probe anrufe, oder wenn ich es zu einem Georaten schicke, schicke ich das komplette Teil weg? Was habe ich denn hier? Einen würzigen Pilz. Das sieht aus wie ein Fliegenpilz. Okay, ich mache mal wegen... ...anrufen. ...Pilzgewächs. Ich wusste gar nicht, dass... ...dass wir auch solche Pilze haben, muss ich gestehen. Naja. Wir haben uns ja hier noch gar nicht so viel drum gekümmert. Das hier sieht mir eigentlich zwar nach einem Freundschaftsbändchen aus, aber ich finde, das sieht kaputt aus, oder was meint ihr? Zerstören. Oh, ich zerstöre das... Oh, okay. Ich zerstöre es einfach mal. Ach, und wie? Ich habe hier ja ein Foto gemacht. Stimmt, mit, ähm... Ja, wie heißt die morgen? Morgen? Fires. Zornium besteht in erster Linie aus Firaxium, weiß, aber beinahe ebenso viel Oxpin und Alkinead auf. Weil, was sagt das jetzt? Oh, nein! Nein, warum hat sie denn... Warum hat sie denn die Hand vor den... vor die Augen gemacht? Schade. Schade eigentlich. Also, ich mache mal. Ich muss jetzt arbeiten, Leonardo. Kümmere dich mal hier um deine Schwester vielleicht. Nach Kleinkind sehen, sprechen, beibringen. Auch wenn ich jetzt hier mit ihm ja gar nicht weitermache, ne? Also, da bin ich noch nicht so weitergekommen. Ah, was ist es mit dir? Zuschauen. Okay, geh nochmal auf Toilette. Einmal Toilette. Dann kannst du mal hier zumindest mal den auftreten, damit entfernen und... Ah, ich glaube, bei dir schaue ich kurz rein, was wir drin haben und was genau du isst. Gemüse-Teigtaschen, die verdorben sind. Das kannst du eigentlich wegschmeißen. Oh! Molly Prescott. Warum kommt die? Molly findet Leonardo klasse und möchte beste Freunde werden. What? Okay. Wir sind gute Freunde. Okay, ich kann hier mit ihm kochen einfach. Auch wenn er jetzt nicht der typische Koch ist. Ähm, wir machen... Vielleicht einen Salat oder so. Genau, Gartensalat. Ich habe hier auch Magarone und Käse, die verdorben sind in meinem Ding. Warte. So, ich habe es rausgeholt. Ja, jetzt bringen wir Mareike halt was bei, aber... Warte mal. Was für eine Errungenschaft. Wui! Ähm, Moment. Ich möchte ja... Normales Football-Training mit... Uh, Rahul. Der ist auch irgendwo. Dann würde ich das mal ein bisschen... Vorzugen gerade. Und die Mutti kann hier weitermachen. Warte mal. Erziehung. Nee, ich möchte tatsächlich... Kriege ich das auch? Hm, das waren... Sprechen beibringen. Hier, siehst du, die war eigentlich gar nicht ausgeschlafen, ne? Jetzt mache ich mal ein bisschen weiter, aber sie kriegt halt jetzt damit ein bisschen Aufmerksamkeit. So, unsere Älteste, die kann jetzt endlich doch mal aufstehen und kann dann direkt mal... Der Papa kocht ja noch... Ähm... Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, aber ich schicke sie mal hier unten nochmal auf die Toilette. So, schaffst du's? Oh je. Okay, der ist nicht so nah gewesen. Da hinten ist er. Rahul. Ich schocke mal ganz langsam zu dir hin und hoffe, dass ich jetzt mit dir Football spielen kann. Schauen wir mal. Wahrscheinlich, weil er in der Gegend wohnt oder so, dann seh ich ihn immer mal wieder. Ah, Cassandra und Leonardo. Uh, das ist echt cool. Das hat was mit diesem Sozialhasen zu tun. Und das mache ich dann mal gerade mit ihr auch. Oh nein, Sydney. Molly. Ähm... Ist Noah auch Teenager? Ich glaube schon, ne? Die anderen aber nicht. Ich möchte hier, ähm... Eine freundliche Nachricht. Ich will mich wieder einschleimen. Ähm... Ja. Sieh an. Also ich wüsste auch irgendwie nichts, mit wem sie sonst... Hier vielleicht mit Angela, dass wir hier uns ein bisschen befreunden oder so halt. Mal gucken. Angela und Sophie sind eben gute Freunde geworden. Na, siehste. Manchmal ist es so, was ich ganz gerne eigentlich hätte, ist so irgendwie so einen besten Freund oder Freundin für die Kids immer. Aber ich habe mit anderen Dingen oft immer so viel zu tun, dass ich das irgendwie... Naja, wie soll ich das sagen? Verpasse irgendwo. So, Charisma-Fähigkeit ist... Mein Spiegel frei. Und wenn ich Charisma gerade mal kurz ein bisschen weitermachen... Oder Gegner studieren könnte ich am Fernseher machen. Okay, warte. Dann machen wir... Gegner studieren. Habe ich das richtig angeklickt? Ja. Die beiden sind noch da und haben wir es geschafft und spielen tatsächlich... Hä? 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 Wo bin ich denn? Ah, ich sitze hier. Das... Oh nein, ich mache Zusatzhausaufgaben. Ich meine gut, okay, das wollte ich ja auch mit ihm machen. Ich sitze nicht verkehrt, aber ich hatte eigentlich gedacht... Wer ist das? Marvin Härtens, keine Ahnung. Ähm, ich hatte gedacht... Oh, schließe auf alle Sims, verteilt 100 Launen ab. Yay! Ähm, ja, dass er halt Football macht und ich... Ich glaube, ich wechsle das mit ihm. Es ist so ätzend. I'm sorry. Ich glaube, ich mache ihn zum Schach... Äh, spielen. Ich weiß aber auch nicht, was da alles kommt. Wir blautern miteinander, okay. Oh, unsere Mareike ist müde, oder? Oh, sie hätte ja auch Hunger. Also es ist auch nicht ganz... Nicht ganz ohne, aber... Ähm... Okay, ich glaube, sie kisst... Sie geht... Nee. Nickerchen machen. Kannst du dir hier so einen Gartensalat gerade mal holen und danach... Schelle ich dich ins Bett. Ach so, sie geht auf den. Stuhl hätte sie jetzt so ein kleines Nickerchen gemacht. Ähm... Über Schwarm flüstern. Keine Ahnung. Respekt zeigen. Über warme Temperaturen reden. So, und du... Solltest Gegner studieren. Machst du es im Stehen? Okay. So. Oh, was ist los? Was mache ich hier draußen? Ach so, weil es regnet. Geh mal nach Hause. Und dann machen wir mal Folgendes. Wie kann ich denn... da wieder aufhören? Ähm... Ich denke nicht, dass ich zwei machen kann, oder? Ich weiß auch nicht, wie ich das wieder beenden kann. Aber ich vermute mal, wie beim Job vielleicht, oder? Außerschulische Aktivitäten. Gucken wir mal. Ich finde es mal gerade raus. Oh je, was ist das? Verspieltes Dekor. Peinlich berührt. Was ist denn los? Wo bist du denn? Warum peinlich berührt? Und nimm doch bitte deine Hausaufgaben mit. Die werden doch... Ich kann es noch nicht mal ziehen. Oh Mann. Okay, komm. Ich muss dich wieder zurückbringen. Nee, warte mal. Im Inventar platzieren. So. Das reicht, ja. Ist ja natürlich nach Hause gelaufen. So, ich bin beschämt, weil... Was war jetzt mit dir? Normalerweise sieht das hier nicht so aus. Okay. Wegen Molly, die schon die ganze Zeit da war und... Äh. Wieso? Es sieht doch eigentlich ganz sauber aus. Verstehe ich gerade nicht, was ein Problem war. Okay. Bin ich immer noch beim Gegnerstudien? Ah. So, ich möchte hier Schachtteam-Mitglied. Das passt nämlich auch ganz gut zu ihm, finde ich. Ändern, wenn er diese neuen... Verlässt es eine aktuelle? Ja, bitte. Ja, ja. Das ist okay. Okay, das war einfach nicht sein Ding. Ich habe es einfach nicht geschafft mit ihm. Und von daher... Machen wir das. Und da bin ich doch schon eher dabei. Viel viel eher. Und das kann ich alleine machen. Wenn sich jemand dazu gesellen möchte, kann ich das machen. Wenn ich dann nicht. So. Ich bringe mal unsere Mareike ins Bett. Und danach gehe ich selbst mal ein bisschen duschen. Okay. Er ist halt Angst, wir haben draußen Gewitter. Finde ich eigentlich fast ein bisschen unrealistisch, weil alle Sims vor Gewitter so Angst haben, wenn sie draußen sind. Ich weiß nicht, ob tatsächlich jeder Mensch das genauso hätte, aber okay. So, hier sieht es furchtbar aus. Ich glaube, wer hat denn den Staubsauger? Also manchmal... Also manchmal... Wisst ihr was? Ich möchte mal einen Staubsaugerroboter kaufen. Ich nehme ihn mal für hier oben. Manchmal mache ich das unheimlich gerne. Staubsaugerroboter. Aber die kosten, glaube ich, auch ein bisschen. So. Oh, wobei 500 geht eigentlich noch. Ähm. Wo stelle ich den hin? Würde der da stören? Irgendwie würde er hier stören vielleicht. Kann ich den nicht von hier aus... Warte mal. Ich bin ein kleines bisschen. So. Und dann kann er die ganze Etage... Macht er, glaube ich, oder? Warte mal. Irgendjemand ist oben. Ich bin oben. So. Das machen wir mal. Okay. Leonardo, wo bist du jetzt? Du bist noch auf dem Weg nach Hause. Ja. Okay. Wer ist das? Das ist unsere Greta, glaube ich. Hieß sie. So, Sophia. Was mache ich denn mit dir? Ach so. Ähm. Was war das? Pablo? Freundliche Art. Mhm. Streng. Ähm. Wir machen Zusatzhausaufgaben. Oh, und wir haben hier auch noch ein Bild. Warum sind das eigentlich immer kleine Bilder hier? Kann ich das am schönsten hinhängen, damit ich das selbst noch sehe? Ähm. Mareike, du solltest eigentlich ins Bett gehen. Das ist ziemlich weit oben, aber ich möchte einfach mal gerade anschauen. Das ist doch ein hübsches Bildchen. Natürlich, theoretisch würde sie es jetzt nicht unbedingt mehr aufhängen, wenn sie... Jetzt geht sie halt da schlafen. Okay. Ähm. Weil sie hat ja Schluss gemacht. Aber okay. So, das haben wir angemacht. Wir haben die Bücher schreiben abgeschlossen. Mit besten Freund auf Lebenszeit verheiratet sein. Okay, wir müssen mal... Guck mal. Wir machen... Über Weltfrieden. Hm. Vom Lernen zusätzliche Fähigkeiten schwärmen. Pechtel-Mechel wäre auch eine Wahl. Aber Witz über alte Zeiten. Über Tanztechniken reden. Über Gourmet reden. Hm. Liebevoll umarmen. Romantische Interesse. Familiärer Kuss. Nee, das ist zu wenig. So, Baby machen. Flirten. Okay, ich kann zwischendurch mal flirten. Wie kriege ich denn... Erziehungstipps geben. Wie kriege ich denn... Klicke auf den Schatz eines Sims und wähle in der Kategorie Romantisch heiraten. Diese soziale Aktion wird freigeschaltet, nachdem ein Sim seinen Schatz einen Antrag gemacht hat. Ich denke, ich habe noch nicht besten Freund. Also, das denke ich mal... ...habe ich noch nicht. Hm. Ich suche das mal gerade. Ist das unterfreundlich? Beste Freunde werden da haben. Oh, das will ich. Oh, ja. Mareike hat morgen Geburtstag. Wenige Stunden. So, jetzt er geht hier. Das Lernen. Yay. Das gefällt mir. Das sieht viel, viel besser aus. Auch wenn es das auch ein kleines bisschen braucht. Aber, ja. Das kann er alleine machen. So. Erziehungslevel 6 und... Heilenstein. Jetzt müssen wir noch mal zwei Verabredungen... Das müssten wir beide gehabt haben. Sie haben das gleiche. Und jetzt müssen wir noch mal zwei Verabredungen machen. Das ist ja so sozusagen ein Nebenquest. Kann man so sagen. So. Ich gucke mal. Okay. Tiefe Verbundenheit. Zusatzaufgaben abgeschlossen. Das ist gut. Mareike. Kann ich sonst noch... Wegwerfen. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Mh... Mh... Okay. Wenn ich... Also vor der Schule... Mh... Konzentriert werde. Sozusagen. Hier müssen wir auch noch... Okay. Wir könnten... Ich habe jetzt als Teenie ja keine... Mentalfähigkeit mehr. Oder? Das heißt... Nicht mehr Mentalfähigkeit. Oh je. Was ist mit dir? Okay. Ähm... Äh... Okay. Da geht erst mal schlafen. Ja, dann geht erst mal schlafen. Warte mal. Lass mich mal belegen. Wie werde ich konzentriert? Wenn ich doch das hier benutze. Aber was... Aber anscheinend nur, wenn ich... Ähm... Diese Aktionen überdenken. Oder wie das so heißt. Kann das sein? So, der Papa muss mal reden üben. Die Charisma-Fähigkeit aufbauen. Hier hatte ich ebenfalls das. So, aber ich glaube... Ich sage jetzt hier an der Stelle erst mal ein Tschüss und Gebeil. Lass es dir gut gehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao. Ciao, ciao.